Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, man kann der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und Ihrem Vorsitzenden Dr. Wolfgang Gerhardt nur gratulieren zu den Reden zur Freiheit. In Zeiten einer allenthalben spürbaren Geringschätzung des politischen Liberalismus, auch möglicherweise einer geschichtsklitternden Begriffsklemmtnerei, gelingt es Ihnen immer wieder, lieber Wolfgang Gerhardt, mit diesen Reden das normative Profil des politisch organisierten Liberalismus in Deutschland herauszustellen. Möglicherweise, verehrte Anwesende, haben die Liberalen zu lange vor allen Dingen ihre Gegner erklären lassen, was Liberalismus bedeutet. Manch einer hat sich dabei dann auf die Idee der Freiheit berufen und sie dann in der Art der politischen Falschmünzerei ganz anders in Umlauf gebracht. Dabei wusste schon Thomas Mann, dass für die Idee der Freiheit nicht ihre echten Gegner die Gefahr sind, sondern ihre falschen Freunde. Dass die Idee des politischen Liberalismus viele Freunde hat, das bringen Sie alle zum Ausdruck dadurch, dass Sie heute Abend der Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung gefolgt sind. In diesem Sinne begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu diesem Abend. Meine Damen und Herren, vor einiger Zeit habe ich der Wochenzeitung Die Zeit ein Interview gegeben und die erste Frage des Journalisten war, wie ich eigentlich in dieser Gegenwart noch freiheitliche Politik vertreten könne. Es habe sich doch herausgestellt, dass auch in einem internationalen Maßstab nicht die Einschränkung der Freiheit das Problem sei, sondern vielmehr ihre millionenfache ungeordnete Anwendung. Allenthalben ist jetzt auch die Rede vom Marktversagen. Überall hören wir vom Marktversagen. Gemischt im Wahlkampf, der ja noch elf Tage andauert, mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung, der in Deutschland grassiere. Merken Sie das damit eigentlich mit diesen Argumenten, die die Beweislastumkehr bei der Einschränkung der Freiheit fordern, der Betonung des tatsächlichen oder angeblichen Marktversagens und der Warnung vor Steuerhinterziehung, das damit ein Misstrauensvotum verbunden ist, nämlich an Sie, an uns alle als Bürgerinnen und Bürger. Wer fortwährend vom Marktversagen spricht, sagt ja nichts anderes als, dass unsere Selbstkoordination, die Nutzung unserer Möglichkeiten in Freiheit, im vielfältigen miteinander ins Vorsagen führt, weshalb allenthalben natürlich die wohlmeinende, kluge, weise Hand der Politik gefordert ist. Und wer fortwährend von Steuerhinterziehung allein spricht, erweckt doch den Eindruck, dass diejenigen, die Leistungen erbringen, pauschal dem Gemeinwesen seinen fairen Anteil vorenthalten. Damit Sie mich nicht missverstehen, es gibt Exzesse an den Märkten und mit Sicherheit gibt es auch Steuerhinterziehung. Per Steinbrück muss nur seine Schwiegermutter danach befragen, die wird ihm manches erklären können. Aber es ist eben die Frage, was die Regel und was, verehrte Anwesende, die Ausnahme ist. War es denn Marktversagen, dass bei Herrn Wovereit vom Flughafen Berlin-Brandenburg noch nicht ein einziger Jet abgehoben ist? Marktversagen auch, dass die Elbphilharmonie in Hamburg noch nicht ein einziges Konzert gesehen hat? Marktversagen, dass sich die Idee einer Investition in den Nürburgring für Kurt Beck nicht als genial erpuppt hat? West-LB hier in Düsseldorf, Bayern-LB in München, HSH Nordbank im Norden, alles nur Marktversagen? Meine Damen und Herren, die politische Diskussion in Deutschland ist erst dann wieder in einer tragfähigen Balance, denn genauso oft wie über angebliches Marktversagen, auch über Staatsversagen, genauso oft wie über Steuerhinterziehung, auch über Steuerverschwendung gesprochen wird, meine Damen und Herren. Meine Damen, meine Herren, für uns Liberale ist ein Leben in Würde ohne Freiheit nicht denkbar. Für uns ist der Liberalismus nicht ein Set von kühlen Monopoly-Regeln, die man anwenden müsste, sondern für uns ist die Idee, sein eigenes Leben in die Hand nehmen zu dürfen, unsere Motivation. Sie wollen wir möglichst vielen Menschen vermitteln, möglichst vielen Menschen die Chance geben, Autorin oder Autor der eigenen Biografie zu sein. Das beseelt die Liberalen. Deshalb setzen wir uns ja für klare Regeln ein, damit niemand unter das Machtdiktat eines anderen kommen kann und deshalb sorgen wir uns um die Verhältnismäßigkeit auch des Gesetzesbefehls, den die Politik ausspricht. Ich führe das deshalb hier gerade in Nordrhein-Westfalen an, weil wir hierzulande Zeugen werden und seit drei Jahren Zeugen sind einer Politik, die diese Idee der Verhältnismäßigkeit eben nicht mehr, ich will mal vorausdeutend sagen, nicht mehr inhaliert. Denn beispielsweise gilt in Nordrhein-Westfalen das strikteste Rauchverbotsgesetz der Republik. Auch wir als Freie Demokraten haben zu unserer Verantwortungszeit seinerzeit den konsequenten Schutz vor Passivrauchen durchgesetzt, in der Gastronomie, Bildungseinrichtungen, auf dem Bahnsteig, in allen öffentlichen Bereichen. Jetzt aber gibt es hier eine Politik und ich könnte viele andere Beispiele aus dem Alltag benennen. Da reicht der Gesetzesbefehl sogar bis in den privat angemieteten Nebenraum der Gaststätte, in dem Sie Ihren 30, 40, 50, 60, 70, welchen Geburtstag auch immer feiern sollen. Selbst da will die Politik besser wissen, was für Sie als Gastgeberin oder Gastgeber oder für Ihre Gäste besser ist, als Sie selber entscheiden zu lassen. Eine liberale Gesellschaft, bei diesem kleinen Beispiel gesagt oder bei ganz Großen, eine liberale Gesellschaft lebt aber davon, dass die Mehrheit der Minderheit auch immer eine Nische zur Entfaltung lässt, meine Damen und Herren. Und ich muss als Nichtraucher sagen, ich habe schon öfter überlegt, ob ich mir aus zivilem Ungehorsam einmal eine anstecke, um ein Zeichen gegen diese Bevormundungskultur zu setzen. Wir wollen jedenfalls keine Schablonen für das Leben, weil bestimmte Parteien ein anderes Land wollen und um das andere Land zu bekommen, erstmal andere Menschen aus ihnen und uns machen wollen. Sondern wir wollen, um mit dem Philosophen Odo Marquardt zu sprechen, ermöglichen, ein angstfreies Anderssein dürfen für alle. Angstfreies Anderssein dürfen für alle. Ein wunderbares Wort, um Vielfalt auszudrücken, die unsere Lebensqualität bestimmt. Und damit bin ich, verehrte Anwesende, bei Ulf Poschert angekommen. Denn er steht für diese Ideen im publizistischen Raum wie wenige andere. Sie haben ihn zuletzt vielleicht als aufmerksame Zeitungsleser am vergangenen Sonntag wahrgenommen, weil er auf einer längeren Strecke in der Bild am Sonntag über sein aktuelles publizistisches Projekt berichtet hat, bei dem es um automobiles Kulturgut, Ulf, so kann man vielleicht sagen, geht. Und ich glaube, es gibt wenige in Deutschland, die in der Lage sind, mit solch wunderbaren Formulierungen die Karosserieform von Autos zu beschreiben, wie du. Das Dekolleté, schreibt er über die Kotflügel, der Vorderhaube. Wunderbares Buch. Aber du bist nicht hier, weil wir die gleiche Leidenschaft für alte Autos teilen, sondern weil wir die gleiche Leidenschaft für den politischen Liberalismus teilen. Ulf Poschert ist ein Essayist in einem Sinn, wie ihn Peter Sloterdijk einmal idealtypisch beschrieben hat, nämlich als jemanden, der einer Experimentierkunst mit gefährlichen Stoffen und explosiven Formulierungen nachgeht. Das tut er. Und ihm gelingt es, sein persönliches Bekenntnis zur Freiheit, immer wieder auch in Formulierungen zu kleiden, die Grundideen des politischen Liberalismus aktualisieren. Du, wie keiner von uns, erfindest den Liberalismus nicht neu. Aber du beherrschst eine Art publizistischer Dekantierkunst. So wie man einen guten alten Rotwein umgießen muss, damit er neu atmet und danach neuen Geschmack annimmt, so verstehst du es, die liberale Geistesgeschichte abzuschreiten und jeweils umzufüllen in gegenwartstaugliche Formulierungen, in griffige, süffige Formulierungen, die man mit Freude liest. Ich zum Beispiel erinnere mich ganz konkret daran, mein letzter Satz, an einen dieser Brückenschläge zwischen liberaler Politik und Populärkultur, den du mir vor einigen Jahren immer wieder näher gebracht hast. Und ich habe ihn dann später verstanden, nicht zu Beginn. Und zwar hast du immer gesprochen von einer US-amerikanischen Ärzte-Serie. Du lachst. Von Dr. House. Dr. House, im Zentrum steht eine Medizinerpersönlichkeit, außerordentlich mürrisch, bisweilen zynisch und unfreundlich, aber nur oberflächlich. Denn hinter der rauen Schale und dem harten Eintreten, was Regeln angeht, dem ungeschminkten Aussprechen von Diagnosen, steht eine zutiefst von moralischen Empfindungen geprägte Persönlichkeit mit exzellentem medizinischem Wissen, die deshalb viel bessere Ergebnisse, viel bessere Heilung erreicht als die anderen, die zwar salbungsvolle Worte, aber eben keine Kompetenz und kein moralisches Empfinden haben. Was für eine Metapher für den politischen Liberalismus, der vielleicht nicht immer auf den Applaus des Tages trifft, der vielleicht nicht für jeden sofort populär ist, der aber im internationalen und historischen Vergleich immer da, wo er Wirtschaft und Gesellschaft bestimmt hat, für den einzelnen Menschen im Alltag erlebbar bessere Ergebnisse erzielt hat. Auf diese und auf solche Formulierungen dürfen Sie sich heute freuen von Ulf Poschardt. Einen wunderbaren Abend. Applaus Vielen Dank.